Ja, also ich persönlich bewundere ja diese Köche, die man auch öfter mal im Fernsehen sieht, die meisten Sterneköche, die braten oder auch Gargut oder irgendwas, was sie an Grillen immer auf den Punkt genau servieren, so wie es der Kunde oder der Gast haben, wohl Medium oder Rare oder was es alles gibt. Also ich bekomme das nicht hin, Sie vielleicht auch nicht, aber für uns hoffnungslosen Kochseelen wird jetzt geholfen, nämlich mit einem neuen Artikel in unserem neuen Katalog. Und wenn wir da mal schauen auf Seite 207, falls Sie ihn schon haben, hier ist ein Helfer und da kann man plötzlich kochen, garen, grillen, braten wie die Profis und zwar genau mit dem Ergebnis auf den Punkt. Ein Braten- und Ofen-Thermometer, das wir hier für Sie haben mit einem tollen Touch-Display und da kann man jetzt mal schauen, wie sieht es denn gerade aus mit dem Hühnchen zum Beispiel, mit dem Braten, den man gerade macht. Man kann immer kontrollieren, wie sieht es aus mit meinem Stück Fleisch oder auch mit meinem Fisch, den ich gerade im Ofen habe und ich kann das hier wirklich auf das Grat genau sehen, wie die Temperatur dann in meinem Gargut quasi ist. Ich kann aber dann hier auch die Garstufen perfekt einstellen, weil man möchte ja das Stück Fleisch zum Beispiel, hier das Hühnchen in dem Falle, genau auf den Punkt haben, sagen wir. Also ein Hühnchen, klar, das möchte man durchhaben, ein Stück Rindfleisch zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie Sie hier ein Stück Rindfleisch mögen und da haben Sie hier die Möglichkeit, und schauen Sie mal hier, ich kann das durchschalten, Lamm zum Beispiel. Dann haben wir hier Hühnchen mit dabei, wir haben hier Truthan mit dabei, Hamburger zum Beispiel, die Sie zubereiten möchten vielleicht, dann natürlich auch das Rind, also die unterschiedlichen Fleischsorten. Und dann können Sie aber auch hier zwischen den unterschiedlichen Garstufen nochmal auswählen, Medium oder dann etwas Medium Rare zum Beispiel, das können Sie alles einstellen, well done natürlich und dann perfekt zubereiten. Also ganz egal, was auf dem Ofen oder im Ofen ist oder auf dem Grill liegt, es wird perfekt durch das Messen und auch Anzeigen der Kerntemperatur und so werden auch Sie zum Sternekoch. Sie brauchen gar nicht mehr aufschneiden, schauen, ist es vielleicht schon soweit, nein, die Kerntemperatur wird es Ihnen verraten. Übrigens kann man das auch gerne als Zeituhr, also wenn man mal eine Erinnerung braucht, wenn da man der Kuchen aus dem Ofen sein soll, einsetzen und das alles für 9,41 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 8451 und die 569 und für, wie gesagt, nur 9,41 Euro werden auch Sie, naja, fast zum Sternekoch, zumindest was der Garzustand angeht.